Ja, liebe Läufer, bei diesem Langarmshirt darf es ruhig mal richtig kalt sein draußen. Es ist von Adidas das Sequentials Flexstaff Half-Zip Shirt. Ausgestattet mit der Klima Warm Faser bietet dieses Shirt besten Schutz bei kühleren und bei kalten Tagen. Der ausreichende Feuchtigkeitstransport ist dennoch gegeben, die Haut bleibt so beim Laufen angenehm trocken. Das Shirt hat eine tolle ergonomische Passform, das heißt es unterstützt die Laufbewegung und schränkt die Bewegungsfreiheit überhaupt nicht ein. Das Material fühlt sich angenehm weich an und Daumenschlaufen sorgen gerade bei kälteren Tagen für zusätzlichen Komfort. Und wenn du mal im Dunkeln unterwegs bist, dann wirst du durch reflektorische Details einmal hier und an den Ärmeln einfach besser gesehen. Ja, wenn du auf der Suche nach einem effektiven Langarmshirt für die kalten Tage bist, dann probiere doch mal von Adidas das Sequential Flexstaff Half-Zip. Du bekommst das in allen Runners Point Filialen oder hier im Shop unter www.runnerspoint.com. J gasp. Du bekommst das in anderen Runners Oder Universität Dinas Vielen Dank.